Ja, hallo mit Oh, liebe Nerdlinge. Wie ihr gerade vor dem Video schon gesehen habt, geht es auch heute wieder um eine Fortsetzung. Und zwar geht es um den zweiten Band von Black Hammer, der den schönen Titel trägt, Das Ereignis. Und ja, den zeige ich euch jetzt. Inhaltlich erfahren wir jetzt mal ein wenig mehr über Black Hammer selbst. Ja, wie er zu Black Hammer geworden ist, was mit ihm passiert ist. Und wir sehen auch ein bisschen mehr von dem Kampf mit Antigod. Ja, und so insgesamt geht es dann hier schon ein bisschen darum, wie Lucy Weber, die Tochter von Black Hammer jedenfalls, die ja am Ende des ersten Bandes bei den Helden aufgetaucht ist und sie einen Weg zu ihnen gefunden hat. Aber die jetzt als Neuankämmling und noch nicht zehn Jahre dort verbliebene Dame herausfinden möchte, wie sie denn jetzt die Helden dort wieder wegbekommt und was das überhaupt für ein Ort ist. Und da sie ja Journalistin und etwas investigativer unterwegs ist, geht sie natürlich richtig auf Spurensuche. Das, was die anderen Helden eigentlich nie gemacht haben. Die haben manche Dinge gar nicht in Frage gestellt. Und die sucht jetzt rum und guckt sich diese Kleinstadt an und die Farmen, wo die so ein bisschen gefangen sind. Was heißt ein bisschen? Also wo die gefangen sind. Sie können ja die Grenzen dieser Stadt nicht überwinden. Und ja, die schaut sich dann um, spricht mit Leuten und stellt dann fest, jo, guck mal, in der Bibliothek, wo die ganzen Bücher sind, da steht überall nichts drin. Was ist denn hier los? Und da merkt man schon mal so ein bisschen, irgendwas ist ja nicht ganz so richtig. Merkt man zwar im ersten Band auch schon so ein bisschen, aber da finden sich die Leute und die Helden eigentlich auch ein bisschen eher mit ab. Aber hier, die Lucy, die merkt schon, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Und im Laufe des Bandes stellt sich dann auch so ein bisschen heraus, wer dahinter stecken könnte oder wer irgendwie was damit zu tun hat und vielleicht auch verhindern möchte, dass Lucy da was rausfindet. Ja, ist ganz interessant. Insgesamt haben wir auch nochmal mehr Informationen zu den anderen Helden. Das entwickelt sich alles so Stück für Stück weiter und ist auch wirklich sehr interessant geschrieben. Jeff Lemire hat da eine ganz schicke Fortsetzung gemacht zum ersten Band und führt die Story auch wirklich sehr konsequent weiter und gibt den Charakteren schön Zeit, sich zu entfalten. Gerade Lucy, die jetzt als Neuankömmling irgendwie mit dabei ist, die bringt natürlich wieder ein bisschen Schwung mit rein und gibt denjenigen, die da eh gerne weg möchten, ein bisschen mehr Antrieb, das auch zu schaffen, während andere sich dann ein bisschen dagegen wehren und eigentlich das dort so mögen, wie es ist. Aber Lemire gibt den ganzen Charakteren halt wirklich Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ein bisschen weiterzuentfalten und auch selbst zu erklären. Ja, so erfahren wir wirklich mehr über die Hintergründe. Gezeichnet wurde das Ganze wieder von Dean Olmsten, der den üblichen Stil weiter durchbringt. Allerdings haben wir hier auch David Rubin nochmal, der ein Kapitel des Ganzen schreibt, den wir ja aus Sherlock Frankenstein kennen. Den habe ich ja beim letzten Mal vorgestellt. Der hat dort ja komplett die Zeichnung übernommen, während er hier nur einen Teil übernimmt. Und da gibt es dann halt auch wirklich einen ziemlichen Stilbruch zwischen den Parts, die Dean Olmsten und David Rubin zeichnen. Das sieht man schon recht deutlich. Aber grundsätzlich sind beide ja auch ziemlich okay. Die Farben übernimmt natürlich wieder Dave Stewart. Ich habe übrigens mal bei Dave Stewart, habe ich am Anfang immer ziemlich überlegt, es gibt ja auch einen Dave Stewart, der in dieser 80er-Jahre-Band Eurythmics mit Annie Lennox zusammengespielt hat. Der hat da die ganze Musik gemacht. Und da habe ich dann überlegt, malt der jetzt auch Comic-Bildchen aus? Aber nein, das ist wirklich jemand anderes. Und der hat ein paar Eisner Awards. Von daher gibt es über die Farben nie was zu meckern. Das ist wirklich sehr gute Arbeit. Insgesamt ergeben die vier, beziehungsweise drei jeweils, in der Dreierkombination, wieder ein gutes Team-Up. Die treiben die Story wirklich gut voran. Das Ende ist auch hervorragend und bietet Platz für mehr. Weitere Bände gibt es ja auch. Und von daher gibt es da storytechnisch eigentlich wieder nichts zu meckern. Ich finde es immer noch großartig. Es liest sich einfach superflüssig. Wunderbar. Einfach auch wieder eine super Empfehlung. Wer den ersten Band mochte, einfach weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen. Tolles Ding und einfach empfehlenswert. Der Band kostet 24,80 Euro. Ist auch wieder im Splitter Verlag erschienen. Und einfach großartig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne auch wieder einen Daumen da und natürlich auch ein Abo. Inklusive Glocke klicken, damit ihr beim nächsten Mal über neue Videos informiert werdet. Und ansonsten gerne kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.